Das war jetzt eigentlich nicht so schwer, ne? Ach, da links geht's noch weiter. Schon gedacht, das geht'n jetzt ab. Ah ne, nur Rasen. Neuer Rekord. Gett in der Hoffnung, da war ich aber grad schon, oder? Ja, ich glaub schon. Aber es sah auch anders aus. Glaub ich. Scharlatanitze. Auch für'n Zauberer. Auch für's für's Zauberer. Und wieder solche Dinger, oh man Stangen wächst Ok, hallo Was ist denn zerstörend? Der Angirisrat setzt sich aus fünf Erzengeln zusammen, die gemeinsam über die hohen Himmel herrschen. Sie entscheiden über die Gesetze, an die sich alle Engel halten müssen. Jeder von ihnen verkörpert einen reinen Aspekt der Schöpfung. Tapferkeit, Gerechtigkeit, Hoffnung, Schicksal und Weisheit. Das ist eigentlich extrem komisch. Extrem komisch ist das. Ich hätte auch noch da lang gekundet. Ha, ok. Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Was ist das für ein Engel das ist? Den glaube ich nicht. Den ich befreit habe. Auf jeden Fall bekomme ich sehr viel Geld muss ich sagen. Ah, da oben muss ich hin. Gut. Jetzt hat es mal der Fall angezeigt. Gut, 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 gut. Geht doch mal weg, verdammt. Geht doch mal weg. Ok. Ok. Ok, Moment. Ah, da ist Tyrael, Luiz. Es ist gut, dass Tyrael wieder an unserer Seite kämpft. Ok. Grazie. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ok. Nope, nope. Aber wir müssen uns beeilen. Diablo ist bereits auf dem Weg zum silbernen Turm. Ich verstehe es endlich. Euer Volk stellt sich dem Tod und der Finsternis jeden Tag. Trotzdem findet ihr den Mut, weiterzumachen. Es ist eine Ehre, einer von euch zu sein. Oh, mehr ist das? Ihr, eueres Gleichter hat hier nichts zu suchen. Wenn ich euch noch einmal sehe, werdet ihr sterben. Was zum Teufel? Schenkt ihm keine Beachtung. Das ist Omerkans Lieferner. Eure Macht ist größer, als selbst Jura ihn vorausgesehen hatte. Wir können nur noch hoffen. Doch nun müssen wir Diablo aufhalten, bevor er den Kristallbogen über uns erreicht. Okay, ich gehe aber nochmal zurück zu... zum Citadel, zu Citadel, genau. Sie ist zurück. Kannst du das glauben? Ach, es sind einfach zu viele Dämonen da draußen. Könntet ihr etwas dagegen unternehmen? Kann ich verkauft werden? Achso, weil ich ihn nicht identifiziert habe. Deswegen vielleicht. Ihr solltet euch wirklich all die neuen Dinge ansehen, die ich gefunden habe. Ja, mein Ohr ist besser. Tut mir leid. Tschüss. Verdammt. Verdammt. Okay. Vor zum silbernen Turm. Diablo wird den Kristallbogen hoch oben auf dem silbernen Turm verderben. Ich muss ihn aufhalten, oder die Himmel sind für immer verloren. Das ist unsere letzte Hoffnung. Egal was geschieht, Tyrael und ich werden auf den Turm steigen und gegen den Herrn des Schreckens kämpfen. Okay, aber der kann doch eh nix, der Tyrael. Der bringt mir fast nix. Die Dunkelheit um uns nimmt zu. Wie fühlt sich das an, zu wissen, dass ihr mir dabei geholfen habt, zum obersten Übel zu werden? All euren tapferen Taten zum Trotz ist doch das Einzige, was ihr wirklich erreicht habt, mich zu entfesseln. Ihr seid eine wahre Retterin, nicht wahr, Nephilim? Lea, wartet! Was sind zwei Verrasten jetzt? Ich hab dir dann wohl gemeint, ja, ihr seid Arschlöcher und so. Das war's schon. Holy shit. So erklimmt den Turm zum Kristallbogen. Ich lebte nur, um meinem Meister Belial zu dienen. Aber du hast ihn getötet und das oberste Übel auf die Welt losgelassen. Ich habe euch sterben sehen. Das laggt schon wieder. Ich schau mal kurz, was da los ist. Moment. Hallo, es geht weiter. Soll tun cool. Ihr habt mich ohne nachzudenken getötet, soweit ich euch nicht mehr benutzen mag. Wie könnt ihr die verdammen, die euch geholfen haben? Der Gas des Engels ist... Ja. Schön, dass du es zu wissen hast, dass es laggt. Ich habe nachgeguckt. Ich habe einen Ping von 50. Nur mal so nebenbei. Okay. Das hat jetzt ewig gedauert. Ich habe extremen... Lächsten auch. Ich weiß auch nicht. Ich mache nichts. Das ist schlimmer, als ich befürchtet hatte. Diese verdammten Dämonen werden dafür sterben. Moment. Das kann doch gar nicht sein. Also ich habe jetzt nachgeguckt. 61, der Ping. Das ist ja normal. Der Geist des Engels ist frei. Kann nicht sein. Habt ihr gesehen, wie schnell langsam das Wort hat? Wie lang es gedauert hat? Ist ja nicht normal. Ich bin nicht drin. Wie alles so viel langsamer dauert. Wie dauert denn das alles so lange? Gibt es doch gar nicht. Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Ich wurde gehalten. ich kann überhaupt nichts machen ich kann überhaupt nichts machen hallo bei mir passiert alles zwei sekunden später das ist irgendwie extrem scheiße extrem scheiße ist das ich habe ein pink von 60 aber das leckt der abs ich schaue jetzt noch was los es gibt da gar nicht hallo ja irgendwie hat eine gute gesprinnt keine ahnung internet war ziemlich langsam aber der ping war ganz normal anscheinend lag es daran was aber eigentlich für das spiel eigentlich uninteressant ist was heilig ist sehen sie den feind da drüben nicht genug geisteskraft was für eine monströse kreatur ok irgendwas habe ich mit dem hals keine ahnung stufe 23 weißt du sonst so hoch im wert die schatten rücken immer näher nun gibt es kein zurück mehr ich habe nicht genug geisteskraft ich bin nicht wieder bereit die schweiß die waren aber jetzt nicht sehr schwach muss ich sagen diablo wird nicht so ein einfacher gegner geradeaus das war ein guter treffer so so nun so 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 Oh yeah Wie viel halb mich der Erstklass sicher? Heidrank Erstklass sicher Okay 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 Ich habe seltene Gegenschneid bekommen. Oh, boah, aha. Wieder mal nichts für mich. Der Geist des Engels ist frei. Hier durch anscheinend. Bei allem was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Ja. Shit, man, der heil. Oh, shit. What the fuck? Das ist schon extrem wie schauen, was der macht. Weißt du was? Ich spiele jetzt mal mit einem Schild wieder. Vielleicht gehts dann besser. Was, schon wieder hier? Wieso muss ich schon wieder von hier anfangen? Ich verliere irgendwie so schnell leben, keine Ahnung. Ah, und ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich voll hier. Vollhorst, ey. Mann. Wieso bin ich so schlecht? Ich kann dir die Narius vor langer Zeit, als er noch unter den Engeln weihte. Aber nach einiger Zeit wurde er des Kampfes gegen die Dämonen müde. Und er begann im Geheimen mit den Dämonen ein Bündnis zu schmieden und Frieden zu erreichen. Die Dämonin Lilith wurde zu seiner engsten Verbündeten in der Hölle. Und viele andere Dämonen und Engel schlossen sich ihm an. Okay. Versuchen wir's nochmal. Äh. Was soll ich das am besten machen? Ich werde zurückkehren. Boah, du heiliger Müllsack, ey. Meine Wunden schließen sich. Ist ja krass. Wir schauen's und das bild ich ihm auch, ey. Ich erinnere mich daran, wie Engel in all ihrer Majestät durch diese heilen Schritten. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Das werde ich nicht tun. Ich werde zurückkehren. Du heiliger. Geh weg! Der fiert mich dir die ganze Zeit. Ich wurde geheilt. Mit weinen konnten mich der auch die ganze Zeit. Ich versteh das nicht. Du heiliger Müllsack. Du heiliger Müllsack. Der haut mich einfach mal weg. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Es sind keine Tränke mehr da. Es tut mir leid. Was soll ich denn gegen den machen? Schwalte zu fangen. Zieh doch einfach den scheiß Heildrang, du Vogel. Ich brauche Geisteskraft. Meine Verletzungen sind zu schwer Nimm den Drang, du Idiot Ey, das ist... Ich kann doch den nicht töten Der hat schon wieder volles Leben Was ist denn da? Du Vogel Also ich verstehe nicht, wie ich den töten soll Keine Ahnung Ich bin noch nicht wiedergeheizt Ich bin noch genug Geisteskreis Help mir I have no eye fucking idea Ohne Scheiß Der heilt sich immer wieder, ich hab keine Ahnung Bin ich so doof oder... Hat er irgendeine Schwachstelle oder so? Das ist schon extrem krass Was der mir in Schauen reinhaut Okay Leute, ich schau mal, wie ich den besiegen kann Vielleicht gibt es irgendeine Methode Bis gleich Ob ihr es glaubt oder nicht Oh Außersehen auch noch ausgemacht Und die Aufnahme Ich bin auch schon der schlauste Mensch der Welt Oh ja, super Super Jetzt hab ich den Pisser besiegt und jetzt befliege ich raus, oder wie? Beste 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 Super Wehe, der ist noch da hin und die gehe ich aus Jetzt bin ich so froh, dass ich den besiegt habe und jetzt äh Ist der Pädophile noch da, oder wie? Lasst uns gemeinsam Ehre finden Ja Oh, die Speichepunkte sind das größte Müll, den es gibt, ne? Ich ignoriere euch mal, ne? Die Dunkelheit um uns nimmt zu Naja, Lea Tschüss dich Hä? Du wirst mich da voll dissen, oder? Ja Ich hab ne Latenz von 400 Es fängt wieder an Ich habe keine Lust Ich hab aber auch keine Lust Deswegen kriege ich auch Disconnect Ich habe keinen blassen Schimmer Wo das herkommt Keine Ahnung Egal Schau mal weiter Das kann nicht sein Ich bin dem Ort mal Ich hab hier kein Bock mehr Also bis dann Ciao